Die einzige Weltpremiere bei der Vienna Autoshow 2014 steht auf dem Seat-Stand. Es handelt sich um die Allrad-Variante des Leon Kombi. Ja, das ist an und für sich die einzige Weltpremiere im Vienna Autoshow. Also von dem sind wir wirklich stolz. Der Allrad-Markt ist in Österreich immer wichtiger. Jetzt ungefähr 20 Prozent des Marktes ist Allrad. Das heißt, unsere Präsenz in diesem Markt ist ganz wichtig. Und für die Marke Seat, die in Österreich fast 5 Prozent Marktanteil erreicht und somit eine weltweit hervorragende Performance erreicht, ist dieser Zusatz besonders wichtig. Der Leon ST 4-Drive mit permanentem Allradantrieb verfügt über dasselbe Kofferraumvolumen wie die frontgetriebene Version. Auch die Seat Infotainment-Features sind an Bord. Der Leon ST 4-Drive ist zunächst mit dem 105 PS TDI-Motor erhältlich. Preise ab 23.990 Euro. Markteinführung ist im April 2014 und im Sommer folgt die 150 PS Variante. Sarf